hallo leute da bin ich wieder heute bin ich mal in coplenz am hauptbahnhof so wie ihr sehen könnt und direkt so vor mir ich muss euch das mal so zeigen vor mir ist der busbahnhof und wenn ihr das alles sehen wollt was ich hier so erlebt habe dann einfach nur dranbleiben wie immer nach dem intro bis gleich unsere nächste station ist der coplenz jetzt bin ich hier schon von 48 und dann von der neuen runter zielgeraden zum bahnhof hin und da habe ich das entdeckt das wollte ich euch nicht vorenthalten schaut mal oben ein zug fährt grad in den bahnhof rein von der sicht habe ich das auch schon lange nicht gehabt mit meiner dashcam habe ich das sofort alles aufgenommen und in dieser zeit überholt uns gleich noch ein bus müsst ihr mal gleich darauf achten mal gucken ob ihr den jetzt sofort erkennt oder ihr wartet so lange bis im anschluss euch erkläre was für ein bus das ist schaut mal hier habe ich mir noch gar nichts dabei gedacht ich denke was ist das für ein bus aber hier wir sehen können sind wir auch schon am parkplatz direkt vor dem top und uns erwartet schon ein bus ja könnt ihr den erkennen ein effizienz hybrid so jetzt bin ich mal hier angekommen hier direkt am bahnhof parken hat man hier die möglichkeit hier zu parken natürlich auch hier für rollstuhlfahrer und so zwei direkt hier ganz nah parkplätze am bahnhof der bahnhof der befindet sich hier mit so einem schönen älteren moderne älter und modern sage ich mal so innen drin bestimmt modern von außen die fassade bisschen älter da gehen wir auch als erstes gleich rein und dann gucken wir uns hier die kollegen an die hier gleich hier ankommen werden das hier ist nämlich dann der busbahnhof der neu gemachte ich kann mich so an diese situation hier gar nicht erinnern ich weiß nur auf der anderen seite war noch etwas das haben die hier alles neu gemacht bin jetzt ja auch schon fast 15 jahre jetzt hier schon weg so dann kann man hier den tunnel hier bis auf die andere seite will ich jetzt mal direkt austesten über uns sind natürlich schon züge zwei bis drei kann man hier mit einem aufzug da ist speziell jetzt verstehe ich das erst da ist ein tunnel wo man speziell hier nur für die rollstuhlfahrer ja auch nicht schlecht mit rollstuhl mit aufzug kann man hier direkt fahren und wie komme ich jetzt hoch dann muss ich wohl so ein fahrstuhl nehmen so wird aussieht aber habe ich auch noch bei keinem bahnhof bis jetzt gesehen dass sie so separate raum oder eine halle haben wo die hier einfach mal mit dem rollstuhl hin können ja aufzug also das heißt ich werde den jetzt wohl auch benutzen müssen natürlich sind ja auch welche auch ohne rollstühle jetzt schon weggefahren das ist natürlich auch blöd ja toll da die mir vor der nase zugegangen ist suche ich mal ob es nicht hier auch noch treppen gibt während ding wenn auf der letzten seite keine treppen gibt sonst muss ich alles wieder zurück laufen und jawohl es gibt treppen aber jetzt passt auf bestimmt nicht zu den gleisen sondern ich komme bestimmt hinten raus ja sehe ich schon jetzt voll das haben wir jetzt nicht gut gemacht aber jetzt bin ich hier auf der seite ich hab wohl ich euch eigentlich gar nicht zeigen aber glück im unglück also in jedem negativen steckt auch etwas positives das sage ich ja jedes mal haben wir jetzt am eigenen leib mal gesehen ja auch nicht schlecht ja lauf ich eben wieder wird zurück und hinten da wo königsbacher steht da ist ein hotel hotel königsbach heißt sie glaube ich sogar noch oder hieß damals wo ich mit der perle aus wesel abgehauen bin damals auch vor 20 25 30 jahren oder so habe ich mich hier zum ersten mal hier niedergelegt und habe mir dann alles angeschaut hat mir so gut gefallen dass ich dann hier hingezogen bin so ich gehe jetzt aber mal auf die andere seite weil hier sieht man nicht allzu viel so ich laufe aber die ganze strecke jetzt wieder zurück um euch auch die anderen zugang zu zeigen aber im schnelldurchlauf der vorhin da wo aufzüge ist gelaufen und jetzt laufen wir mal richtig wenn ihr gut zu fuß seid könnt ihr natürlich hier ist noch mal bestellt von zwei bis 109 109 gleise wäre ja ist nicht zu verwechseln ist eigentlich ein richtig guter bahnhof ich weiß nicht zu den größten in deutschland wie viel der platz müsst ihr mal google ich gehe jetzt immer in der mitte einfach mal bei der 104 mal hoch mal gucken wo wir da rauskommen süd nord ok hier auf der rechten seite hat man möglichkeit mit rolltreppen und wenn man zu gut zu fuß oder was abnehmen möchte kann man auch hier lang wir nehmen mal die rolltreppe weil ich bin schon die ganze zeit wirklich viel gelaufen und 9 euro ticket wird hier natürlich auch in anspruch genommen vorne der re 5 der fährt nach wesel sogar hier kommt gleich ein flix bus oder so flx nach münchen oder flix bus flix zug keine ahnung kann auch nur eine bezeichnung sein flx aber könnte ich mir gut vorstellen da oben ist doch schon ein citaro aber in gelb ich denke die haben hier alles lila und so mal gucken zu den bussen kommen wir ja gleich erst erst gucken wir mal dass wir noch ein paar züge aufnehmen können ich bin mit ich bin jetzt mal ein ganzes stück hier gelaufen damit wir hier keine gesichter und so hier haben keine menschen keine leute jetzt muss uns nur noch im zug oder so entgegen kommen und wenn ein bus kommt oder so da kann ich den direkt hier oben über die brücke ruhig aufnehmen ja ich verweile mal noch ein bisschen bis ein bus bus ich sag jetzt immer muss ein zug ab fährt oder ankommt und dann gehen wir rüber haupt attraktion wo der kollege jetzt weiß ich auch nicht wie der heißt der gesagt hatte kommen doch mal nach koblenz kommen doch mal nach koblenz die ganze zeit so das warten hat sich gelohnt wir werden belohnt hat reimt sich auch schon wieder kommt hier so ein schöner was ist das ec das ist nur ein ic er schön leise ich habe mal gemerkt leute der kriegt nur von diesem waggon hier den strom von oben ja der hat sonst keine verbindung und der ist auch hier so am jaulen aber zum steuern zum lenken und so kann er wohl vorne aber alles ganze strom und so das wird wohl hier aufbereitet oder weiter geschickt keine ahnung wie ich das nennen soll auf der anderen seite haben wir den auch noch ein bisschen verpasst der fährt gerade weg dann können wir jetzt mal auf die andere seite zu den bussen also wenn ihr aus dem bahnhof rausgekommen seid könnt ihr euch erst mal orientieren wo ihr hin möchtet und wenn ihr mit dem bus weiterfahren müsst was ihr im vorfeld ja schon euch orientiert hat wer wo was abfährt braucht ihr einfach nur hier geradeaus laufen ihr könnt aber auch hier quer ein quer fällt ein hier an den schönen blumen hier vorbeilaufen dann seht ihr auch so ein würfel busbahnhof regionallinien wann die abfahren und so und könnt euch dann orientieren wo was abfährt ja so schaut es aus wie gesagt die haben hier verschiedene farben das könnt ihr gleich aber auch mal sehen das ist die co web.de dann haben die hier noch eins der ist mit komischer farbe hier ja effizient hybrid die haben hier auch gemischt hybrid die haben diesel die haben iweco wie der kollege schon gesagt hatte kommen wir hier in hier siehst du alles und tatsächlich kann man hier auch verschiedene modelle sehen ja die hier lang fahren mal gucken was hier noch so alles ankommt also dieser bereich hier den kenne ich gar nicht ich weiß nicht seit wann das hier gebaut ist ich kenne nur da hinten den bereich da sind auch immer die reisebusse und so abgefahren da gehen wir auch gleich noch mal hin da kann ich euch nachher auch eine geschichte zu erzählen was war das jetzt für ein bus habe ich jetzt gar nicht gesehen ein isuzu hier fahren sogar japaner ok isuzu müsste man mal fragen wie die hier sind aber der sei ja gar nicht mal so schlecht aus ja so einen schönen setra über land ja ich lauf mal dahinten da stehen noch welche zur pause vielleicht erkennt mich der ein oder andere mal schauen hier kommt auch noch so ein schöner bunter ja sehr gut mal gucken wenn ich mehr zeit habe kann ich vielleicht auch mal mit fahren mal schauen den isuzu den gibt es noch mal auch als gelenk bus schaut mal so schaut das ding aus nicht schlecht die haben auch die türen hier somit rahmen gemacht damit man das erkennen kann wo die tür ist ja so schaut aus nicht schlecht man müsste echt mal fragen ob sie sich bewährt haben ob die gut sind ob die gut angekommen sind bei den leuten ich frage den kollegen jetzt mal so leute ich habe den kollegen gefragt ich darf den bus euch sogar vorstellen ist das nicht nett von dem kollegen schaut mal der hat hier auch direkt für die handys zum laden das klappt auch weil er lädt grad sein eigenes handy da ja und extra für ältere leute gekennzeichnet wo die sitzen können wirklich toll gefällt mir auch die ganzen stangen hier und so gelb die kann man sich so festhalten hier extra für rollatoren guckt mal sogar zum festmachen da sieht man wie man die festmacht rollstuhl natürlich mit rampe ja ich habe den kollegen gefragt ob er damit zufrieden ist motor sagt er ist gut motor ist wohl sehr gut aber mit elektronik hat er probleme und die türen spinnen ab und zu mal aber ansonsten so vom aussehen her schaut mal lässt er sich doch nichts wegnehmen oder richtig auch schön mit holzboden optik und hier hinten jede menge platz schaut mal der motor ist bestimmt hier so ein turmmotor sehr wahrscheinlich sonst hätten die nicht so viel platz da der braucht wohl hier den platz und hier kann man in verkehrte richtung oder direkt so sich einfach hier hinsetzen jetzt machen wir natürlich unseren blick wenn wir immer hier oben sitzen nach vorne ja mit tft monitoren und so wirklich toll hat sich schon wieder gelohnt für uns mal ein isuzu wo finden wir sonst ein isuzu der den wir können vorzeigen können hier die dinger hier sind türstopper wenn die tür mal aufgeht und so ja wirklich wunderbar draußen kommen jetzt noch andere busse da gehe ich jetzt noch mal raus vielleicht finden wir noch so einen exotischen busse oder so so wir haben uns noch mal bedankt bei dem kollegen und ziehen unsere runden weiter und wie ich gesagt habe ist hier der reise bus haltestelle sage ich mal ich kannte das früher nur ab hier da haben wir hier gedreht und hier unsere leute eingesammelt und das hier wie gesagt ich kann mich nicht daran erinnern dass das hier mal so schön war so der kollege hier aus polen der bereitet alles vor für die fahrt die fahrgäste einsammeln da steht noch so ein deutsche bahn mann und vorne steht auch irgendwie was exotisches oder was ist das da ja ne lion city kann ich lesen aber mit diesen komischen lampen ach dann ist diese effizient hybrid den wir mal kaufen wollten aber nur als gelenk ok auch hier die ganzen haltestellen hier dinger hier auch alle so in pink und ist das pink oder rosa oder was für eine farbe auch hier bussteig fernbus linien reisebusse die fahren wohl hier ab ja ja das ist dieser effizient hybrid mit diesen hoch angelegten scheiben obwohl hier vorne das ist eigentlich keine scheibe hier oder doch ist scheibe aber sieht nur so aus denn es scheibe ist geklebt ja der hätte hier auch wieder so ein ding gebrauchen können hier so ein rahmen damit man weiß wo die tür anfängt sonst läuft man dagegen oder so das wäre schön angebracht ja jetzt sehen wir auch mal so ein effizient mann mal als gelenk und natürlich schöne ladies haben die hier auch der ist sogar von zickenhainer okay der kollege der macht da gerade auch pause aber der ist hoffentlich nicht im bild der war gerade nämlich was am schlucken dort essen hier noch so ein 500 hd setra aber das ist die fünfer reihe nicht die vierer reihe die wir haben ja da hinten steht noch einer die sind wohl krass aus oder leute schaut euch das mal an ja wirklich ein schönes bild hier mal von den reisebussen da gehen wir auf die andere seite gleich noch und vielleicht kommt er gleich hier noch ein reisebus hier reingefahren oder so hat sich wirklich gelohnt hierher zu kommen allein schon wegen diesem isuzu ja da war ein evco war aber kein reisebus jetzt in dem sinne ich war gerade am handy am spielen da kann man wie um die ecke so der effizienzhybrid der fährt jetzt weiter nach koblenz bubenheim aber wenigstens sehen da hinten da macht sich der spieß reisen ja ich kenne ja auch noch der spieß die haben auch reisebusse und so die fahren natürlich auch linie der fährt jetzt hier auch gerade raus und dahinter kommt noch einer der macht da hinten gleich pause und der kollege der grüßt mich sogar erkennt mich vielleicht mal gucken keine ahnung hat mich auf jeden fall gegrüßt ja die meisten wie gesagt ach da kommt der isuzu diesmal als solo jetzt können wir den man noch mal gucken wie der ist ja mit den roten die kennzeichen des von trance deswegen hat er rote farbe gewinnt cityport heißt der aha jetzt sehen wir das mal isuzu cityport ok wer das noch nicht weiß wir waren sogar schon in einem drin und zwar in einem gelenk mehmet ue macht es möglich leute ich sag doch nicht jedes video ist wie die anderen in jedem video gibt es immer wieder was neues jetzt der fünfer hd der fährt jetzt auch hier raus ja der macht pause gleich geht es weiter aber schaut mal leute mit dem reisebus als linie oder so der müsste aber irgendwo eine linienbezeichnung haben nur an der seite hat er die vorhin habe ich nicht gesehen oder nicht darauf geachtet weil der kollege ist auch nicht in weiß und krawatte und so angezogen die sind von scherer reisen hinten hat aber auch eine bezeichnung 31 ok ja vorne hat er bestimmt auch gab nur ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet beim aufnehmen ich war bemüht mein handy gerade zu halten damit keine verwackeler drin sind jetzt sehen wir wieder flexbus weiter fährt nach mediacar keine ahnung wo das liegt und wir laufen jetzt auch direkt weiter zum bahnhof am besten diesen mädchen hinterher jawoll laufen wir einfach hinterher mal gucken wo die uns hin führt und gleichzeitig können wir auf der anderen seite auch beobachten wo die kollegen dahin fahren der mit der linie da ist jetzt komisch dass der mit einer 31er linie mit zum doppelstock hier durch die gegend fährt das mädchen hat aber einen hohen tempo du komme ich gar nicht nach ja und schon kommt uns noch ein isuzu hier fahren ja jede menge hätte ich jetzt nicht gedacht dass hier so viele isusos so durch die gegend fahren ja aber ich sehe gerade der eine wartet mal ja polk stadion 370 der scherer tatsächlich die fahren hier linie mit dann haben sie die bestimmte sondergenehmigung dass sie auch linie fahren dürfen die haben auch bestimmt dann haltestellen haltestellen sei schon haltestangen oder haltemöglichkeiten wenn da welche stehen weil im linienbus ja mal gucken vielleicht kann ich da mal schlauer werden schaut mal leute der fährt tatsächlich linie der hat auch eine kasse und so drin bezeichnung tatsächlich als linienbus eingesetzt im auftrag von der vm r ja als auftrag gnehmer ist dann der scherer reisen der fährt man mit denen einfach mal so linie auch nicht schlecht heute der kollege der fährt jetzt hier weiter wie gesagt erfährt die linie 370 komplett mit drucker mit alles dabei als linie und ich habe immer noch nicht rausgefunden ob er jetzt stehplätze hat und sowas alles ich wollte ihn eigentlich fragen aber der ist mir schon vor der nase weggefahren da kommt noch einer hier mit diesem isuzu aber ich kriege noch ein paar infos hier von den kollegen bin ich gerade mit am reden so leute ich habe heute wirklich glück es sind nette busfahrer auch hier in koblenz der kollege hier der hat mir erlaubt hier sogar seinen bus diesmal als solo gerade haben wir den als gelenk gehabt den cityport isuzu und diesmal dürfen wir euch mal den als solo vorstellen wie ihr sehen könnt hat er hier auch spuckscheibe wie es sich gehört und mit kasse das kassensystem müsst ihr euch bekannt vorkommen das haben wir ja auch bei uns wo ich fahre da kommt einer gerade und der aufbau schaut mal hier der hat sich eine schutzhülle gemacht damit das schön griffig ist der sagt hier der solo der macht nicht so viele probleme anfangs haben die wohl probleme gemacht aber jetzt sind die top in schuss wir sehen könnt der solo auch ein riesen richtig schöner bus gleiche aufbau wie vorhin man kann hier sein handy laden die älteren leute sind gekennzeichnet die können hier sitzen auf der seite und hier können sie dann ihre handys aufladen hier vorne hatte auch noch zwei wir sehen könnt wirklich gut klappen die auch kollege strom drauf letztens letztens war ich in wo war das in kirchhellen in bottrop die haben alles gehabt oben stand leider kein strom funktioniert habt ihr gehört leute also ihr könnt hier euer handy aufladen wenn ihr mal in koblenz seit funktioniert alles hier vorne ist alles gleich wie ich das vorhin euch gezeigt hatte ab hier auch ist das so ein turmmotor der motor ist ja so quer bei der motor ist der quer quer ist der ne ja wie ich das vorhin euch gesagt habe ist das so ein quer so ein turmmotor deswegen hat er hier hinten auch platz und nicht so hoch wie die eweco crossway der ist sogar noch niedriger schaut mal wenn ihr hier guckt der geht von hier sogar noch runter bis hier vorne hin weil er nach der achse noch mal richtig tief hier runter gehen kann wir machen auch noch mal einen blick von hier oben der kollege ist auch noch da und wir bedanken uns bei dem kollegen dass er uns das ermöglicht hat danke kollege leute der kollege der hat mich noch mal aufgeklärt ich habe ja die ganze zeit gesagt als turmmotor ist kein turmmotor der hat hier hauptsächlich nur den kühler so wird aussieht hier so groß von oben bis nach unten der hat aber so einen kleinen motor der ist tatsächlich noch hier hinter die sitze der holt jetzt gerade einen schlüssel und wir können tatsächlich mal rein gucken so einen schönen kleinen motor hat der leute seht ihr wie ich das gesagt habe oben sind die kühler ja mit dem ventilatoren und so aber einen schönen kleinen motor der sich hier hinter versteckt auch nicht so weit nur auf der seite geht das getriebe weiter deswegen konnten wir den unten so weiter raus ziehen deswegen sehr unten tiefer aber getriebe geht auf der anderen seite wie ich das von innen gezeigt hatte weiter man kann den auch von hier starten ausmachen wirklich ein schöner motor und so leute bei der gelegenheit habe ich natürlich auch erfahren dass das auch eigentlich ein türkischer bus ist der wird in türkei gebaut und wird hier auch ausgeliefert wir bedanken uns noch mal bei dem kollegen und wir laufen ziehen einfach unsere runden mal weiter mal gucken was wir hier gleich noch alles so treffen werden da ist der isuzu aus der türkei noch mal hier im einsatz ja die fahren wirklich viele oder fährt hier noch also hier rum er wolle ist richtig gut city port nicht schlecht und hier steht auch einer der macht gerade pause mit seinem gelenk bus ja da kommt aber noch ein exotisches teil mal gucken was das für einer ist wir schauen mal der kollege setzt jetzt ein der uns das alles gezeigt hatte und davon ist auch so ein man der hat aber einen ganz komischen aufbau schaut mal leute aber ist auch der effizient hybrid ja durch die werbung sieht man jetzt natürlich nicht die scheiben die ja bis runter gezogen sind und der mit drei türen dass er mit den drei türen und da kommt uns auch noch ein gelenk bus effizient hybrid gerade hier frisch reingefahren ja heute haben wir glaube ich richtig viele gute busse gesehen letztes mal wo ich ja hier war war ich ja nicht am zopf sondern hinten an diesem forum da und da konnten wir nicht allzu viel sehen so wir nehmen den weg oder hinten auch noch mal mit bevor wir glaube ich so langsam zum schluss kommen so heute ich verabschiede mich von euch im hintergrund der schöne bahnhof hat mir sehr gut gefallen hier mein ehemalige stadt sage ich mal nachbar statt schön dass ihr wieder dabei wart mir zugeschaut habt dankeschön noch mal an die zwei kollegen die uns den isusuma zur verfügung gestellt haben damit andere leute andere firmen mal schauen wie so ein bus ist vielleicht mal erfahrungen austauschen und sich dann auch solche exoten die so langsam auf den markt kommen sich zu holen in diesem sinne macht's gut diesmal sagen wir alles gute aus kobleinz wünscht euch euer mermedowee tschau leute